Der beste Schultag ist gekommen. Und zwar der letzte. Und ihr habt alle Zeugnisse bekommen. Und ich wurde weder auf dem Sommerfest noch auf eine Abi-Feier eingedacht. Und deswegen bewerte ich jetzt eure Zeugnisse. Mark Junior Manfred Laurens. Wie cool sind deine Eltern bitte? Mark Junior Manfred Laurens, dein Zeugnis ist genau das, was die Typen zu mir im Bett sagen. Sehr gut, 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 sehr gut. Schiri, Mann, wir schauen Kinder zu. H.D.F., Mann, die App ist ab 14. Und gesetzlich gesehen könnt ihr ab 14 sexy time haben. Das nächste Zeugnis ist von Lucia. Lucia? Lucia? Lucia. Ja, befriedigend, befriedigend, befriedigend. Also dein Zeugnis erinnert mich an die Bewertung meines Vibrators. Schiri, Kinder! Äh, ich mein Ventilator. Der nächste ist Leon aus der neuen E. Äh, ich war auch immer in der E-Klasse. Cool Storytime! C-Klasse kam zu einer Freundin von mir und hat gesagt, wir sind in der C-Klasse. C ist so cool. Und meine Klassenkameradin hat einfach gesagt, ich bin in der E-Klasse. E für Intelligent. Haha, sie hat's Herz gewalt. Ja, und jetzt bitte hört auf, mit Zeugnisse zu schicken. Hahaha.